Ich sage Ihnen allen, dass wir uns in Zukunft bei der Faschisten eine neue Entwicklung von unserer Kultur wo wir arbeiten, und wir haben den Weg überhaupt nicht auf die Strafung produziert, und das so laut wie möglich, den Polizeigriff hier, den Unterlassungen der Polizei, deswegen stehen wir heute auf die Strafung und wir haben heute die Strafung in den Augen. Wien Jennash Wien 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020